Lubten unserer Nacht, entzündet das Feuer, das die Macht verläscht, das die Macht verläscht. Lubten unserer Nacht, entzündet das Feuer, das die Macht verläscht. im Dunkeln unserer Nacht. Entsünde das Feuer, das die Klas zerlöscht, das die Klas zerlöscht. Im Dunkeln unserer Nacht, entsünde das Feuer, das die Klas zerlöscht, das die Klas zerlöscht, im Dunkeln unserer Nacht, entzünde das Feuer, das die Maske röscht, das die Maske röscht. Im Dunkeln unserer Nacht, entzünde das Feuer, das die Maske röscht, das die Maske röscht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. In einer Woche ist Weihnachten. Wir sehen es auch ganz deutlich in unserer Kirche. Der Weihnachtsbaum steht schon schön geschmückt da. Die Krippe ist schon aufgebaut. Alles ist schon vorbereitet für Weihnachten. Aber heute, am vierten Adventssonntag, da wollen wir uns noch einmal intensiv vorbereiten. Unser Herz bereit machen für Jesus Christus. Schön, dass die Teseeschola uns dabei mit ihren Gesängen hilft. So wollen wir Jesus Christus begrüßen. Du bist bei uns jetzt in dieser letzten Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Du kannst alles Dunkle in unseren Herzen hell machen. So willen mitica. Christus begrüßen. Christus begrüßen. Amen. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, ein Gott mit uns in die Seele, Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, ein Gott mit uns in die Seele, ein Gott mit uns in die Seele. Herr Jesus Christus, Es kommt, sei klar, da ist der Herr, es kommt, sei klar. Es kommt, sei klar, da ist der Herr, es kommt, sei klar. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020